Das Thema lebenslanges Lernen ist natürlich ein riesengroßes und ich glaube, wir gehen das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen an. Unseren Studierenden bringen wir im Studium bei, wie sie sich selber neues Wissen erarbeiten und damit bereiten wir sie auf lebenslanges Lernen vor. Wir haben natürlich auch Angebote für Externe mit unserem Studium Generale, wir haben auch Angebote für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir ermutigen einfach alle, die hier mit der Hochschule in Kontakt kommen, sich immer wieder auf neue Dinge einzulassen.